31. Tag Zu Ehren der Wunde der rechten Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Zu Ehren der Wunde der linken Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Zu Ehren der Wunde des linken Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele. Die 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele des Fegefeuers ist ein inständiges Gebet an 33 hintereinander folgenden Tagen, um für jenen verstorbenen Priester des Reinigungsortes zu beten und ihm Gnaden zu erlangen. Man wähle die Seele jenes Priesters, die im Fegefeuer am meisten leidet, damit sie uns von Gott die erwünschte Gnade oder Hilfe erbitte. Zu diesem Zwecke opfert man 33 Mal jeden Tag zum Andenken der 33 Lebensjahre unseres Herrn Jesus Christus das kostbare Blut auf. Jeden Sonntag empfängt man die Heilige Kommunion und opfert sie für die Seele des im Fegefeuer büßenden Priesters auf. Man schließt die arme Priesterseele täglich in eine der heiligen Wunden Christi ein, und zwar während der letzten fünf Tage in die heilige Seitenwunde. Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die heilige Seitenwunde. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf, für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen, Anliegen kann man jetzt nennen, gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen, Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele, Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen, Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.